guten morgen ihr lieben wir machen tücher nummer acht heute auf und da haben wir die farber 3851 das ist ein richtig schönes und die farbe habe ich auch noch nicht also sehr gut bisher noch keine einzige farbe von denen gehabt bis jetzt ein tüchchen nummer acht ich bin gespannt wann sich die erste farbe doppelt und es gibt ja wirklich viele farben und ich kann endlich meinen bestand aufstocken und meine sammlung erweitern damit demnächst richtig schöne bilder machen und ich würde sagen das war's schon wieder wir sehen uns morgen an tücher nummer neun wieder bis morgen ihr lieben